Hallo zusammen, Eizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, gekürt und gefangen, anzunehmen bei Strandgutsammler Björn in der Vagardesund, in diesem Gebiet, also nicht genau an dieser Position, weil er patrouilliert ein bisschen. Quest gehört bei dem Quest-Gebietserfolg, ein sündhaft guter Plan zu Schiffbrüchige und Ausgestoßene und führt euch zum unteren Volk, Freihafen. Ich darf hier zuerst mit Jette die Klinge quatschen und dann geht's weiter. Wenn ihr mögt, könnt ihr das Video teilen. Das würde auch euch helfen, denn je mehr Leute das Video kennen und den Kanal umso mehr könnten auf eure Fragen beantworten, falls ihr welche habt. Jetzt nicht nur unbedingt speziell bei der Quest, auch bei anderen. Je mehr Leute sich auf dem Channel dümmeln, umso mehr können euch Fragen beantworten. Und hier ist auch schon Finn. Nun darf man diesen Mob hier töten, gehen. Die jetzt ignoriere ich. Mob erledigt. Nun lauft Finn weg. Dem folge ich. So, gleich sollte ich da sein. Da ist er auch schon. Quest ist abzugeben bei Finn Schönwind in der Dürer Garde Sund an dieser Position. Hoffe sehr, ich konnte euch helfen. Ciao.